So, ich muss jetzt hier nochmal filmen. Ich bin mich gerade mit Manu am kloppen und sag ihm, du nimmst von einem auf den anderen Tag auch nicht 30 Kilo ab, dann kann ich auch rauchen. Zumindest dann auch mich bewegen in der Zeit, wo er dann 30 Kilo abnimmt, das Rauchen aufzuhören. Sprich, ich würde eine Liste machen, wie viele Zigaretten man am Tag geraucht hat und dann müsste man jeden Tag meinetwegen eine Zigarette weniger rauchen. Das reicht ja schon. Dann würde ich das innerhalb eines Monats eigentlich schaffen. Oder maximal zwei Monate schaffen, komplett aufzuhören. Das heißt, ich muss eine genaue Stressliste machen, genau einen Dienstplan machen, wann ich welche Zigarette zu rauchen habe. Da sagt er mir, ich dürfte nur drei Zigaretten rauchen am Tag, sonst hätte ich verloren. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Ich meine, ich habe heute noch nicht geraucht. Ich habe heute wirklich noch nicht geraucht. Weiß ich, ob er sich heute schon morgen schon wieder in die dicken, fetten Burger reingezogen hat? Ne? Die kennt man ja, ne? So. Nein.